hallo leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten let's play auf meinem channel bisher kamen ja nur so ein paar huli doli videos und jetzt möchte ich erstmal hier ein richtiges let's play hochladen ich spiele heute eine runde badwars auf dem goma hd server mit im schlepptau ist der cookie ein gut auf kumpel von mir sag hallo genau und ja welche map ist das jetzt query query ok na egal kenne ich nicht wir bauen uns gleich in die mitte oder würde ich sagen gibt es anscheinend kein gold ich kenne die map gar nicht vielleicht bei mir bist du irgendwie grad voll leise ich hoffe dass es nicht in der aufnahme auch so ist ansonsten muss ich mal gucken wäre egal ich habe jetzt schon ganz viele versuche gestartet hier eine ordentliche aufnahme zu bekommen ist definitiv immer zu ihnen dauernd gescheitert und so weiter ich versuche uns jetzt einfach mal ansonsten müssen wir halt mal gucken vielleicht eine neue aufnahme in der runde oder so aber jetzt versuchen wir es das mal so ich weiß nicht wie wir das machen rennst du dann gleich in die mitte holst du das gold oder wollen wir die anderen machen lassen ich gehe dann auch in die mitte 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 gold 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 nein der typ hat alles gesteckt schweizte so knapp war das aber das ist auch kein gold mehr ich bin jetzt zu denen und baut ihn in ihr bett ab ich komme gleich nach hallo freund wollen wir freundin sein hier weg ich habe mein freund in den tod gestürzt warte wo ist das bett wo ist das bett ach ich bin die falsche richtung gerannt nein es ist schon zugebaut sie lüften schon ja der typ ist mir an mir vorbeigelaufen hat mich nicht entdeckt ich baue weiterhin ab ich bin jetzt ab ja mach das ich hab gleich ich bin ich hab schon einen halben block zerstört ich bin gleich an ihrem best hoff ich ja er stand neben mir und hat mich nicht gesehen ja ich hab's geschafft wir haben gewonnen das ist doch mal schnell schnelles knackiges ründchen so habe ich das gern ich hab's schon vorbei bekommen was hab ich noch nie ja ne also das war gut hex ja natürlich ja zwei davon hatten keine rüstung der dritte hat im eck gesneakt und nix gemacht er hatte kein schwert aber ein bisschen leicht tun sie mir jetzt schon die sind ja da direkt lang gerannt und haben mich einfach nicht gesehen die haben die haben den anderen noch getötet daneben hier stand der ist noch zu mir in die enge geführt und jetzt kommt er ne und da kommt der andere stellst du nehme ich aber guck in die falsche richtung so blöd ist das so und das sind wir wieder nächste runde oh die map kenne ich sogar ok dann schlagen wir jetzt ein bisschen ums bronze wow ich hab ganze drei stück bekommen dafür baue ich einen weg zum eisen ach na klar so komm ich bin voll hippelig gerade ich weiß nicht wieso cool danke so ok gleich wieder in die mitte gleiche taktik hinten verstecken und heimlich hier heimlich mit der hand so einen fetten stein abbauen ja das wird schwieriger das wird schwieriger ja so ich werde es trotzdem versuchen bei uns gibt's so ok 43 43 so weg mit dem block und wir sind schon mal an der mitte und ich hab verweiten ich komm das ist ja geil unsere partner stehen afk rum hä sie sind doch im team rot oder ja aha heute ja scheiß ich bin tot ok ähm könnte sein dass jetzt jemand rüber gestimmt kommt oder auch nicht ne ja stimmt irgend so ein Depp steht da afk rum naja wenn er Lust hat schon gesagt ja es ist wieder so typisch stehen sie afk rum aber müssen unbedingt in ne bad loss runde ne ja wenigstens nicht frau mich wohl zu ich mein man muss schon ewig lang rumschlagen damit man überhaupt in eine reinkommt und die kommen endlich in einen rein dann gehen sie afk hm ja wenigstens steht er nicht auf der quelle team gelb dominiert nein ich brauch mein gold ich brauch mein bogen ja da müsst ihr ein bisschen fahren müssen weil ups 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 das Mikro vorstellt ähm weil das wird hier nicht so schnell gehen ok ich geh in die mitte ja naja ja ja ne die haben schon ein mit kompletter rüstung und so weiter ja warte wenn man mit dem kratzen ähm so dann hol ich mich jetzt hol ich mich jetzt was was ich glaube dann hol ich alles was du find kannst huuuu ahhh äh blau 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 in base ja das war knapp das war knapp das war knapp aber richtig knapp der typ ne der der hat schon der hat schon das bett angefangen abzubauen dann ist so lange ich noch an der wache stehe so 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 okay sind die blauen weg keine ahnung ich stimme auf dich zu wo nein ich bin nicht da ich bin ein bäumchen dachte mich gar nicht ich bin ich da ich bin nicht da ich bin nicht da scheiße ich bin da ich dachte ich bin ich da nachdem ich bin verdammt auch verdammt so verdammt auch so gut okay muss es ohne gold gehen diese runde scheiße sieben acht neun zehn elf zwölf 13 ich kann bis 13 bis 14 10 aber weiter geht einfach nicht so da und was gelernt in der schule der herr war respekt jetzt einfach mit der spitze gelten über ich brauche mich jetzt hier zu ich gehe ein bisschen spazieren da hat erkennt mich doch noch nein verdammt der kacke schon wieder so knapp ich habe auch ich habe das bett angekratzt schon wieder ach gott ist doch scheiße ich weiß zu lang versuchen bis es klappt irgendwann wird es klappen irgendwann scheiße ich bräuchte mal hilfe wo bist du zum heißen zu mir mal bitte danke jetzt komme ich aber da nicht hoch aber warte ich warte jetzt kurz okay warte ich hole ich konnte ein paar Steinchen hier ja danke reicht es? das ist dir gerade genügend ja danke achte und gelb kommt drüber ah nee ist rot roter wir fahren doch roter so Hallo Gabe ich bin wieder zu Hause wer hat mich vermisst ich komme da nachdem ach empfangen die sonst auch alles normal so ich geh jetzt auch mal hin so höh verdammt oh ich lebe cool verachtest mich nicht ich bin nicht entstanden ah was für eine Sau okay die gelben sind schon ziemlich gut ausgerüstet ich weiß nicht ob ich zu denen jetzt hin will Oh cool, hier liegt ein Schwertlevel 2 einfach mal mitten im Bronzerhaufen. Diesen Cordell sollte genutzt werden. Moment, das war jetzt nicht Grammatik, das war keine Grammatik. Dieser, dieser meine ich natürlich. So, Spitzertin. Gelb, ich geh zu Gelb, ich geh zu Gelb. Oh, sch... Und das kam überraschend. Team Gelb ist irgendwie ein bisschen OP gerade, kann das sein? Ja, ich hab mir da Hand drüber geschlagen. Und die Blauen, die verkämpfen sich da hinten. Hallo Blau! Darf ich zu euch rüber und mitspielen? Hallo! Traumal. Sowas, ne? So, Bronze, wieder ganz viel Bronze. 1, 2, 3, 4. So, 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 so. Soll ich wieder in die Mitte oder wieder zu Blau? Ich geh zu Blau! Nie, Gelb sind meine Freunde. Zu welchen von meinen Freunden soll ich gehen? Ich hab beide so gern. Gelb, die haben noch nicht so viel. Okay, hallo Gelb. Wollen wir... Warte, ich komme. Ich hab euch doch lieb. Habt ihr mich auch lieb? Nein. Nein, dich mag doch jeder. Haha, ich weiß. Nein, und ich bin tot. Aber Gelb scheint mich nicht so sehr zu mögen. Es ist mir ein Dorn im Auge. Die müssen, die müssen, die müssen sterben. Also so, so nicht, ne? Ich mit dir, ne? So. So, so. Okay. Glatter Sandstein. Holzspitzackel. Ich bin perfekt ausgestattet. Hm. Nein. Ah, und so. Das ist... Das ist einer... Nicht aus unserem Team. Ich führ ihn wieder zum Gelb. Hallo. Hallo. Meine Frau... Ach, hi, Bro. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht töten. Du hast mir keiner drüber eingelassen, dass er es kriegt. Ich bin fast tot. Ich bring mich um. Ich bring mich um. Dann. Und Blau weg. Ja. Oh, dann wäre ich jetzt vielleicht irgendwie so respawned. Weil ich wusste jetzt nicht, ob der jetzt unser Bett erbaut. Und ich wusste, dass ich das dort nicht lange mache. Deswegen hab ich gedacht. Na komm, jetzt habe ich irgendwie so eine Chance. Und, naja. War ziemlich dumm, dass ich mich gerade umgekauft habe. Aber ich hätte eh nichts mehr. Ich hätte eh nicht viel gewissen. So. Wir kommen hier unten immer nur drei Gold. Wo bleibt das Pferde? So. Ich hole mir jetzt noch ein Schwert. Gleich wieder. So. 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 Oh, das war jetzt mal das Unnötigste. Ich hab eine Steinspitzsacke gekauft. Und dann noch eine Holzspitzsacke. Okay. Warum hab ich das getan? Warum? Nein. Nein. Okay. Ich bin tot. ein mensch der op ist ein mensch sackfalte ey weißt du was kurie wir haben schon 13 minuten aufnahme so der eine eigentlich nur ey der will mich einbauen also ich will nicht zu dir ich würde gerne deine base gehen um dich zu versuchen mein gott die sind aber echt nicht nett du ich sag's dir so ich glücke und spitzer das gute schema bla gelb 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 ist tot junger das war knapp ich weiß wie es dem guten geht ich weiß wie es dem guten geht ja ich habe die ich habe gerade nicht gelb ist einfach so hopp hopps hier hoch da lang und hier lang ich bin nicht da ich bin nicht da so jetzt nicht über suizid lassen sie mich selbst machen so scheiße wir werden abgeschnürt ich glaube ich war dann etwas zu lästig ich hab mich gerade voll erschrocken weil du das abgebaut weil du es zugebaut hast ob es muss man ob im hobby muss man haben gelb so gut was soll ich mir den vielen eisen machen dass ich gerade gefahren habe ich glaube ich werfe es einfach runter brauchst du irgendwas die blöcke scheiße die johls er ist die johls an der tippe safka also ich krieg heute absolut mal gar nichts auf die reihe weißt du das das passiert manchmal ja echt so traurig aber war so 1 2 3 keine herren und waren noch in die hülle da unten rein springen echt wo in welche höhle und gibt es eine höhle wo ach die in der mitte ne 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 da unten schau hierher springst dann auf den baum und da ist eine kleine höhle aber ohne bogen bist du da tot naja das ist unser unser ersatz place unsere flucht place ok sollte irgendwas eintreten springt da runter auf den baum wenn sie die map nicht noch umgebaut wurde gibt es ja noch ich spring mal runter oder ist es weg ne ich sehe es kommen aber wir haben die blöcke dabei ja nicht stimmt stimmt ohne aber ohne blöcke und ohne bogen da kannst du lange warten aber wir sind gut noch auf der Scheiß und roter so ablatschiert ich bin da auch ein kurzes so kurzen so kurzen zuckerne so kurzen schreck wie man man irgendjemanden am bett rum basteln sieht ja was kommen noch anfügen könnte wäre so ein kleines voting für leute die afk rumstehen da könnte das so was programmieren das erkennt der steht jetzt ja genau wie auf meinplex ne wenn da länger als zwei minuten rumsteht dass er dann gekickt wird oder so wir wollen jetzt erstens keine server werbung machen und zweitens so ein kleines voting dass man ab fünf minuten afk stehens in raus wählen kann ach so äh wie sie jetzt server werbung der hast ja geläftet was aber nicht aus unserem team auch die kack sau die nehme ich mir nackert das kannst aber wissen man weiß wie sein bett schläft genau sie darf sich jetzt fürchten das ist sehr freundlich von leute man das nicht zufällig heißen er geht doch alles scheiße miteinander nö ich hab kein essen sorry essen ne essen auch nicht nöchstens nöchstens kann ich ein bisschen was besorgen warte ich dich jetzt nur falsch oder was für mich egal ich weiß jetzt soll ich nochmal in die mitte gehen warte ich hab nicht ich hab einen apfel für dich da liegt dort jetzt hat ihn ein anderer aufgesammelt tut mir leid hier der typ ist unsere wache warte achso ne geht gar nicht also das hätte ich dir jetzt nach vorne geschubst stimmt ja ähm dings ist ja friendly fire ist ja aus ja ich hab sie jetzt wieder fröhlich entlang auf das ist ein weiteres mal auf das ist jetzt endlich mal klappe und ich den ja verdammtes wetter bauen kann ähm also hallo ich bin zurück wuuu juhu ich bin wieder da warte war das gerade ein echo hehehe was wünschte ich hab's abgebaut ich hab's einfach mal abgebaut ooooh 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 ich bin tot ooooh 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 also die Zeit für sich das hätte zwei nicht gebraucht ne ooooh 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 Hallo, das ist ja jetzt voll doof, jetzt kann ich ja keine Betten mehr abbauen. Jetzt macht die Runde keinen Spaß mehr, komm wir leften. Hallo, zieht eure Risse aus und gebt mir eure Schwerter, ich will doch nichts Böses. So, zack, ich renne jetzt zu denen rüber und plündere den ihrer Base. Ich schikaniere ihre Base jetzt. Jawoll, was die ja alles für einen unnützen Scheißdreck drin haben. 10.000 Knüppel, 10.000 Holzspitzacken und ansonsten auch nur Dreck. Du hast folgendes schief hinterhalten, Survival Games. Ja, das habe ich schon lange. Kasselantwort, Survival Games. So, Team Blau wurde vernichtet. Es sind nur noch drei von Gelb, die schaffen wir. Halleluja, ich geh jetzt mal beim Gegner shoppen. Hallo, meine Lieben, kann ich hier was kaufen? Scheiße, Gelb kommt, Gelb kommt. Zu mir? Uns Verbündeten haben schlechtes Internet. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bis dann. Bis dann. Töte sie. Der hat Eisenschwert. Jonas. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Doch. Der hat Eisenschwert. Die kommen. Scheiße. Ist nicht der Ernst jetzt. Ja, cool. Geil. Ah. Okay, okay. Ich, naja. Sorry. Oh, du lebst ja noch. Ich lebe, weil ich mich verparrikadiere. Oh, geil. Yeah. Wir schweißen das Ding. Hehehehe. Zu viel zum Thema dazu. Tja, wo bin ich nur? Scheiße, der weiß wo ich bin. Komm, der Gelb wird sind dir. Äh, du bist dafür, gell? Ja. Wir wissen, du. Da ist jetzt der Gelb dabei, gell? Wär jetzt gedacht. Scheiße. Ah, ich töte dich, ich töte dich. Ich bin tot. Verdammt. Gigi, es war trotzdem eine gute Runde. Und wir haben die 24 Minuten in 20 Sekunden geknackt. Ich würde sagen, wir machen hier, wir beenden hier mal die Aufnahme. Mein Bildschirm ist eh grade eingefroren. Jippie 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 jippie. Echt deine auch? Hm? Höh. Gormel, dein Server ist schlecht. Nein. Dein Server ist natürlich geil. Ähm. Ich sag Danke fürs Zuschauen. Lasst doch ein Like, damit es euch gefallen hat. Ein Abo ist auch gern gesehen. Das ist jetzt Zeitüberschreitung. Ja, ja. Das ist jetzt nochmal ein kleines Appell an euch. Und zwar. Ähm. Ich bräuchte vielleicht ein paar Spiele, die ihr mir empfehlen könntet. Die für Playstation 4 oder für den PC sind. Die ihr vielleicht mal gerne in der Zeit haben möchtet. Das können alle Spiele sein. Ich spiele alles, was ihr wollt. Ähm. Ja. Wäre nett, wenn ihr ihm dann mal einen kleinen Tipp geben könntet. Und bis dahin dann schonmal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ich bring mich um. Ah. Ein Mensch, der OP ist. Ein Mensch. Zack. Falte. Mein Gott. Ach komm schon. So jetzt. Freundlich von euch. Das bin ich so. Ich hab's abgebaut. Ich hab's einfach mal abgebaut. Ich bin tot. Mein Gott. Dann werden keine gute Nachtgeschichten mehr erzählt. Ich bin tot. Ich bin tot.